Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 im Singleplayer auf dem Map Belgique Profond. Ich habe jetzt unseren Viehtransporter nach Hause gebracht. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wo ich den hingestellt habe. Das ist hier. Also hier. Und jetzt wollte ich gerade Saatgut einfüllen in unserer Sämaschine, damit wir endlich anfangen können zu säen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist kein Saatgut da. Es wurde geklaut. Wir haben vor zwei Folgen 8000 Liter Saatgut hier eingefüllt und es ist weg. Ich weiß nicht warum. Es ist auf alle Fälle gespeichert worden. Hier ist auch nichts drin, oder? Ne, da ist leer, der Hänger. Es ist weg, das Saatgut. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist von der Map, von der Version 2.1 von der Belgique Profonde. Es ist... Ja, wir müssen da nicht lange rumreden. Es ist weg. So. Problem an der ganzen Sache ist, wir brauchen aber Saatgut, damit wir... Ja, damit wir ganz einfach ansehen können. Und deswegen, ich bin noch froh, dass ich meine Saatgutkiste... Wow. Dass ich meine Saatgutkiste noch habe. Das heißt, wir werden jetzt die Saatgutkiste hier ranholen und mit der befüllen. Die hat zwar den kleinen Bug, dass sie immer noch ausleert, obwohl sie schon leer ist, aber ja. Viel anders können wir das jetzt momentan nicht machen. Das heißt, wir stellen hier mal kurz unsere Schaufel ab. Und holen die Gabel mit der Saatgutkiste. Ich hoffe, das war für Frontlader. Ich glaube, er war schon, weil ich habe es ja mit dem MB-Trag auch transportiert. Zu tief? Okay, das passt. Das heißt, die können wir jetzt hier drüben hinstellen. Und dann werde ich hier... Ja... Ich werde hier irgendwo... Ich werde hier Gerste einfüllen. Und dann wird das zu Saatgut. Ich weiß... Klingt komisch, ist aber so. Aber das ist momentan die einzige Möglichkeit, um uns... Um diesem Kunstdinger zu entkommen. Deswegen müssen wir das leider so machen. Nee, das wollte ich nicht. So wollte ich das. So, dann holen wir uns wieder das Schaufel. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Licht. Ich brauche kein Licht. Es ist... Na gut. Fast halb sieben abends. Da kann man schon mal Licht anmachen. Nee, das ärgert mich jetzt aber, dass das Saatgut... Ich habe extra Saatgut produzieren lassen. Hat Weizen gekostet. Und jetzt ist das weg. Ich habe zwar schon von anderen gehört, dass das ein Bug sein soll. Aber bei ein paar funktioniert es und bei ein paar nicht. Und wir zählen wohl zu dem Kreis. Aber es nicht funktioniert. So, ich bin jetzt schon mal höchst zufrieden, dass der... Gerste aufnimmt. So, lass mal schauen, ob das jetzt so passt, wie ich mir das vorstelle. Ob das wieder jetzt ein kompletter Fail ist. So, sollte eigentlich im Großen und Ganzen passen, ne? Ja, da geht was rein. Da geht was rein. Vielleicht geht da was auf Seite. Das weiß ich jetzt nicht. Oh ja, die Kiste ist... Voll. Sehr gut. Das heißt, wir können den Rest hier wieder... ...wegschmeißen. Also, zurückkippen. Wollte ich sagen. Passt. Die Schaufel lassen wir einfach hier stehen. Dann ist sie zumindest unter Dach. Ich habe viel zu viele Anhängergeräte. Ich weiß. Für Frontlader, für Teleskoplader, für Radlader kommt er dann noch irgendwann. Und boah. Aber es nützt nichts. Wenn man das hier so halbwegs realistisch aufziehen möchte, dann... ...muss man leider ein paar Hürden nehmen. So, ich hoffe, das passt vom Gewicht her nicht, dass der jetzt gleich überkippt. Kurzer Test. Passt. So, jetzt geht es ans Einfüllen. Ach, mein Gott. Letztes Mal hat es ja nicht ganz gut funktioniert. Von Anfang... Ah. Von Anfang an. Ich möchte nur nicht in die Sehmaschine reinfahren. Ich bin in der Sehmaschine. Okay. Ach so, ich muss die Saatgutkiste auswählen. Ach, du ahnst das nicht. Wie kann ich jetzt überladen? Äh, B. Ja, sie füllt sich. Sehr gut. Ich weiß. Ist ein bisschen unrealistisch, aber... ...besser als wie einfach neben irgendwelche Säcke hinzufahren und dann sagen... ...jo. Das ist es. Los geht's. Ihr seht, das ist ein kleiner Bug, das sie immer noch jetzt abkippen möchte oder tut oder wie auch immer. Aber zumindest, äh, haben wir sie jetzt einigermaßen professionell befüllt. Betone, einigermaßen. Gut, wir lassen den Dreck jetzt einfach hier stehen. Da ich nicht weiß, wie viel Saatgut wir doch brauchen. Bzw. ob wir das, äh, ob das von der Menge her reicht. Und ich bin der Meinung, dass wir hier kein Frontgewicht brauchen. Mit K schließen wir das Ganze wieder und dann klappen wir das gute Dreck zusammen. Wir haben jetzt 40% drin. Das ist nicht die Welt, ich weiß. Wir müssen uns eigentlich noch einen zweiten Kröger kaufen. Da, wo wir dann Saatgut... ...Idee, Idee, 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 Moment mal, was ist, wenn wir noch so einkaufen, so einen Kröger Overload, der kann auch Saatgut laden, ja, und das Saatgut dann einfach da drin lassen. Dann können wir diesem Bug ausweichen, dass das Saatgut verschwindet. Alter, bin ich gut. Das machen wir so. Das heißt, wir setzen den jetzt an und werden dann acht... Genau, wir werden irgendeinen Trecker nehmen. Von mir aus auch den... Nee, nee, den neun nicht. Doch, den neun. Den neun können wir auch nehmen. Nee, können wir nicht nehmen. Wach, ich weiß es nicht. Wächst hier was? Wächst hier was? Moment. Nee, hier ist nicht angeseht. Geil, geil. Was ist hier los, ey? So, es wird wieder Raps werden. Äh, bei diesen zwei Feldern hier aber nur. Der Rest wird was anderes werden. So, ich fahre jetzt hier einmal ruf und einmal runter. Nee, ich fahre nur ruf und dann lasse ich den Helfer das machen. Und wir müssen schauen, dass wir, äh, dass wir relativ schnell unsere Saatgutproduktion vorantreiben. Denn diese 38%, die jetzt hier drin sind, die reichen nicht für Ewigkeiten aus. Helfer! Machst du das auch vernünftig? Dass man sich das doch anschauen kann? Yo, der zieht durch, der Junge. Der zieht richtig durch. Alter Schwede. Okay, wir lassen ihn einfach mal arbeiten. Äh, wir werden jetzt den hier nehmen. Exactly. Da ist noch was angehangen, ne? Ja. Und werden uns noch einen zweiten, äh, Überladewagen. So eine Art Überladewagen ist das. Holen. Der hatte hinten diese Schnecke. Das habt ihr ja gesehen, wahrscheinlich. Und mit dem können wir dann, ja, ich weiß, das ist jetzt wieder eine Fahrt umsonst. Denn wir holen jetzt den Hänger, bringen ihn zum Hof, füllen ungefähr 8.000 Liter Weizen ein. Das war jetzt nicht gut durchdacht. Vor allem, wir haben keinen Weizen mehr. Ich glaube, wir haben keinen Weizen mehr. Moment mal. Das kann jetzt aber nicht sein, oder? Ne, wir haben keinen Weizen mehr. Ach, komm. Verdammt. Okay, dann müssen wir Plan B einsetzen. Wo haben wir denn noch ein Weizenfeld? Äh, ich möchte gern Weizen. Oh, hier haben wir noch ein schönes Weizenfeld. Was ist das? 31? Moment, wir müssen mal gucken, was das kostet, ne? Ah, Entschuldigung. Ich muss da mal, äh, verhandeln gehen. Komm gleich wieder. Feld 31. Tachchen, äh, wo ist Feld 31? Äh, nee. Äh, nee. Ihr habt aber Felder im Angebot, ne? Alter Schwede, hier. Ah, 28.500. Ui, 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 ui. Das wird mich schon reizen. Aber, ja, das machen wir. Wisst ihr warum? Denn wir bekommen jetzt wieder Geld rein, mit, äh, Rapsverkauf. Und das heißt, dass wir, dass es dann eigentlich überhaupt kein Problem ist, das zu zahlen. Weil wenn ich jetzt wieder warten muss, ähm, bis Raps angesehen, also bis Weizen angesehen ist, bis das gedüngt ist, bis es reif ist und tralala und ihr wisst schon, dann, äh, werde ich zum alten Mann hier. Deswegen, äh, habe ich jetzt Feld 31 gekauft. Da ist Weizen drauf, da schickt man jetzt gleich unseren Drescher hin. Der soll sofort anfangen hier zu ernten. Äh, den Deutz hier werde ich mit einem, ähm, Hänger ausstatten. Mit dem, äh, Purantner meinetwegen. Und dann geht das los. Weil dann wird Weizen geerntet und das Weizen wird sofort zur, ähm, 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 zum, äh, Seedmaster gebracht. In der Zwischenzeit werden wir, ich muss mir, glaube ich, einen Zettel schreiben. In der Zwischenzeit werden wir etwas Raps verkaufen, dass wir dann, ja, wir machen das so. Gott, da geht kein Weg dran vorbei jetzt. Wir werden jetzt ein bisschen Raps verkaufen dann. Damit wir wieder ein bisschen Geld reinbekommen, damit wir die laufenden Kosten zahlen können. Und damit wir einen zweiten, äh, Krüger Overload kaufen. Ähm, der dann unser Transporter für Saatgut wird. So, das waren jetzt ungefähr, weißt du, wenn der Bug nicht wäre auf der Map, dann wäre jetzt alles kein Problem. Dann müssten wir hier gar nicht viel machen. Aber so muss ich jetzt wieder umdisponieren. Und, ja, Entscheidungen treffen, die eigentlich nicht so, die ich nicht so toll finde. Aber ist egal, jetzt ist es schon so, wie es ist. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Das hier sollte Feld 31 sein. Das ist auch Feld 31. Ich will ganz kurz nach unserem... Ja, er hat keinen Pokémon, sagt er. Was ist falsch mit dir? Warum bist du so, wie du bist? Achso, der hat hier... Ja, der hat wirklich gearbeitet hier, aber... Warum? Warum? Kann ich das Curseplay... Moment, bevor ich Curseplay öffne, wird sofort gespeichert. Ich habe da ganz böse Erfahrungen mit diesem Ding. Aber ich kann das doch theoretisch für Curseplay auch machen lassen. Was ist das hier für eine Feldnummer 22? Äh, überladen. Düngen und säen. Komm. Muss er doch schaffen, oder? Feld 22. Arbeitsbreite. Weiß ich nicht, du. Äh, haben wir aber gleich. Wir haben hier neun Meter. Mehr, 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 mehr. Ja, neun Meter macht man nicht. Wir sagen ihm 8,5. Startecke ist... Ähm... Südwesten. In Fahrtrichtung Norden. Oder? Boah, ich habe da keine Ahnung. Mach mal. Er macht auf der Löffel irgendwas. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen, weil wir haben sowieso keine Zeit dafür. Gut. Thrasher wird in Position gebracht. Ne. Ich wollte ja nicht hier rein. Ja, sag mal. Ich muss aber den... Ja, ich muss den zuerst wegstellen. So, den werde ich jetzt gleich hochstellen. Dass wir dann, ähm... frei zu unseren Arbeitsgeräten kommen. Denn ich glaube, irgendwann wird der... Helfer, oder beziehungsweise der Curseplay-Fahrer... Wird er auch, äh... Wird der Saat gut ausgehen? Ja. Durchdrehende Reifen. Alles klar. Das habe ich ein bisschen vermisst. Nicht? Okay, Schätzelein. Was... Was... What... What is going on? Sofort Abfahren war auch gut, die Option, ne? Wir haben doch hier... einen Streifen gemacht. Ne, wo... Wo bist du denn? Ach, Marie, Muttergottes, ey. So, wir haben gesagt, wir fangen hier unten an. Richtig? Dann machen wir das auch. Ich werde dem... Ne, wir sind zu weit gefahren. Er kennt sich wieder nicht aus. So, das passt. Ich werde dem Kollegen noch ein paar Hilfen einschalten. So. Jetzt... Jetzt muss er aber... Okay. Er macht. Ah, hier ist der Drescher. Gut. Ich würde sagen, ich fahre jetzt zum... Zum Feld. Und, äh... Werde dann beginnen, das zu dreschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind leider schon wieder am Ende dieser Folge. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und vielleicht auch ein kleines Kommentar. Das wäre so... Das... Das... Das würde mich freuen. Also, das würde mich wirklich freuen. Und... Ja. Beim nächsten Mal geht es munter weiter. Wir müssen das Feld abernten. Unser neu gekauftes Feld, muss man dazu sagen. Ähm, ich muss schauen, ob der Körspielfahrer das mit dem Ansehen hinbekommt. Oder ob wir da nacharbeiten müssen. Und, ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es läuft. Also, passt er nicht im Großen und Ganzen. Wir werden dann in der nächsten Folge noch ein bisschen Raps verkaufen, hoffe ich. Und dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Aber ich blubber schon wieder viel zu viel. Ähm, wie gesagt. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Äh, wir sehen uns bei der nächsten LS-Folge wieder. Macht's gut. Bis sehen. Ciao. 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 Ciao.